Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 28.11.2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 256. Und ja, ich bin das zweite Mal dran, denn müde wie ich bin, habe ich vergessen, das Mikrofon vor den Mund zu nehmen und habe einfach mal so drauf losgesprochen. Aber immerhin sollte ich jetzt den Text somit auswendig können. Ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. Salt, chinesischer Albtraum, Pokémon Go, Office, Surface Phone, Microsoft Patent, Google Patent, Google Apps und iMac Pro. Beginnen wir gleich beim Salz, bei Salt. Der dritte im Bund bei den grösseren Schweizer Providern, die es so gibt, die sich ein bisschen benachteiligt fühlen. Im nächsten Jahr werden die 5G-Lizenzen oder Frequenzlizenzen, Dingspunktsgeschichten, weitervergeben und ja, besser gesagt, verauktioniert oder verkauft und da fühlt sich das mittlerweile einem französischen Unternehmen gehörende Unternehmen nicht mehr ganz so glücklich und fordert vom Bund Besserung. Denn ja, ich würde Salt nicht vermissen, glaube ich, oder? Ich, dass ich überhaupt schon Salt sagen kann, Orange war doch das mal. Gehen wir doch weiter. Der chinesische Albtraum, was meine ich damit? Man sieht ja aktuell in allen möglichen Städten, bei uns in der Schweiz ist das Zürich und ich glaube irgendwo im Welschen unten, also bei dem französischen brechenden Part, die ganzen gelben Velos. Mittlerweile gibt es ja auch in anderen Farben von diversen Herstellern aus Asien, besser gesagt genau aus China. Die machen das auch in China selber, stellen die überall diese Fahrräder auf, kostenlos, die man dann über eine App, indem man den ganzen GPS-Verlauf mitteilt, ja, kostenloses sozusagen Fahrrad zur Verfügung, das nur wenig kostet und man schnell von A nach B bringt. Diese Dinge gehen aber ziemlich schnell kaputt und was das alles so mit sich bringt, sieht man in einem Bild, das müsst ihr euch unbedingt anklicken. Geek Talk Daily, die heutige 256, auf daily.geektalk.ch in den Shownotes anklicken und schaut euch wirklich mal diese Bilder an. Also, das ist einfach hässlich, was da für Schrott veranstaltet wird. Ziemlich unschön. Auch Schrott wurde anscheinend veranstaltet in den Staaten und Schuld daran ist, ein Wunder, ein Thema, das eigentlich sonst ich selten anspreche, Pokémon Go. Diese Argument Reality App von Nintendo und der anderen Firma, die ich jetzt gerade vergessen habe, hat anscheinend 7,3 Milliarden US-Dollar Schaden gemacht in den ersten 143 Tagen nach Erscheinungsdatum und das ist schon heftig. Wenn man dann aber ein bisschen das Ganze genauer anschaut, hat sich da so, ja, die Forscher haben sich da eine Stadt, also einen kleinen Bezirk, besser gesagt, rausgenommen mit 170.000 Anwohnern, da hat es um die Pokémon-Stops ein paar Unfälle gegeben, 286 Stück sollen das gewesen sein und so weiter. Und dann hat man das hochgerechnet auf die ganzen Staaten, also somit wieder mal, glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Etwas, was ich auch fast nicht glauben konnte, aber es war ja angekündigt, Microsoft hat jetzt seine Office Suite auch für die Chromebooks gebracht. Nicht, dass ich das nicht Microsoft zugetraut habe und man weiss ja, sie sind in letzter Zeit offen, müssen sie auch, um weiterzukommen in dem Bereich. Und ja, somit, ich glaube, ich werde wieder mal ein Chromebook ausprobieren, denn ja, jetzt kann ich wenigstens die Dienste darauf auch nutzen und muss nicht auf die Google-Dienste zurückgreifen. Dann gab es die Tage oder besser vor allem heute ganz traurige Nachrichten, die aber hoffentlich, zumindest wenn man Windows-Area.de glauben schenken mag und jetzt habe ich schon wieder das verlinkt. Es tut mir leid, lieber. Ja, du weisst, wen ich meine. Die Surface-Geschichte, das Surface Phone, besser gesagt, soll anscheinend, also das Projekt Andromeda, soll eingestellt worden sein. Sehr, sehr traurig. Wenn denn dann wirklich so wäre, anscheinend geht das aber von irgendwelchen italienischen Seiten aus, die nicht ganz so vertrauenswürdig sind. Ich hoffe ganz stark, denn ich bin nach wie vor ein Fan von den Microsoft-Windows-Phones-Geschichten und ich hoffe, dass ein Surface-Phone kommt. Sehr, sehr stark. Wir dürfen gespannt sein. Ein Patent aus dem Hause Microsoft. Könnte natürlich nicht für euch, liebe Männer und Frauen, die hier zuhören in der Daily, interessant sein, denn ihr braucht das ja natürlich nicht, aber ihr kennt das sicherlich, dieser P-private Modus an eurem Browser der Wahl, Inkognito-Modus oder wie er dann auch auf gewissen anderen heisst. Microsoft hat da ein Patent sich basteln lassen oder selber gebastelnd eingereicht, denn sobald man auf eine Seite geht, wo nackte Haut und solche Dinge drauf sind, die man nicht unbedingt allen zutrauen möchte, geht der Browser von allein in den Inkognito-Modus. Könnte praktisch sein, habe ich gehört, munkeln. Kommen wir zum nächsten, auch das total praktische Patent, das man unbedingt braucht. Ich meine, es gibt ja sonst nichts auf dieser Welt. Google hat ein Patent und das möchte ich wirklich haben, auch wenn das völlig verrückt ist, sich gesichert mit einem automatisch öffnenden Laptop. Wenn ihr richtig vor dem Laptop sitzt und oder noch zwei, drei andere Geschichten, die funktionieren, ja, klappt sich das Laptop auf. Ich glaube, das Problem haben nur Leute, die sich ein Laptop gekauft haben, den man nicht mit einer Hand aufklappen kann. Ich meine, es gibt Hersteller, die kriegen es fertig, Macbook zum Beispiel, ja, dass man die Dinger mit einer Hand aufkriegt. Es gibt auch Dutzende Hersteller, die es nicht fertig kriegen, dass es mit einer Hand geht, bei ihren Laptop- oder mobilen Rechner-Geschichten. Somit, da rührt wahrscheinlich dann das Patent auch her. Traurig, unschön, aber dennoch, ich will das haben. Öffne dich. Magic. Gehen wir weiter mit Google. Google, die haben jetzt endlich ihre Apps abgedatet, und zwar die Office-Apps für iOS und haben es angepasst. Mein am iPad, aber für die Smartphone-Besitzer wahrscheinlich wichtiger, für das iPhone X. Für das grosse iPhone mit 5,8 Zoll Display soll das Ganze jetzt besser, ja, angezeigt werden. Macht Sinn. Schade erst zu spät oder, ja, gut Ding will Weile haben, wie man es sehen möchte. Auf jeden Fall kann man jetzt die Apps richtig nutzen, wer dann das überhaupt möchten. Dann gehen wir noch zum letzten, und auch das ist wieder, mein Gott, heute, Gerüchte und so weiter. Zum iMac Pro sind schon die ein oder anderen Geschichten aufgetaucht in letzter Zeit. Der will ja bald kommen. Jetzt ist anscheinend rausgekommen, dass der eine integrierte SIM-Karte drin hat. Für was das genau sein soll, darf man euch und den anderen waghalsigen, ja, Gerüchte raten überlassen. Nur für Find My Mac zum Beispiel wäre es schon ein bisschen übertrieben. Aber mal schauen, vielleicht kann ja das Teil dann telefonieren. Ich sehe es schon. 27 Zoll Gerät am Uhr. Nee, Spass beiseite. Das waren meine Themen für heute, den Dienstag. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Und ja, euch einen wunderschönen guten Start in den Tag und viel Erfolg. Bis dann. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.